Es geht schon los. Ja, es geht schon los. Hey, hey, hey. Bis 3, 2, 1, los! Sehr geil. Liebe Redlich zum Zuhörer, wir haben... Eigentlich machst du eigentlich die Vorstellung. Ich glaube, ein Changement de Position. Changement de Position. Herzlich willkommen, Redlich zum Zuhörer. Wie ihr sehen könnt, Redlich zum Zuhörer ist präsent. Aurel, Redal, wir sind da, wir sind für euch da. Und zwar haben wir vor einigen Tagen oder Wochen ein Fundraising gemacht. Für Helfer und Helferinnen, die für uns beistehen zu dieser schwierigen Zeit, dieser Corona-Zeit. Wo man eigentlich auch Masken tragen sollte. Warte, warte. Wo ich meine Maske auch eigentlich hier habe, was auch eigentlich notwendig ist. Ich hoffe, ihr hört mich immer noch gut. Genau, das war unser Motiv. Wir haben 210 Euro gesammelt. Und jeder wird euch sagen, was wir jetzt vorhaben mit euch, ne? So, wieder Positionwechsel. Changement de Position. Wir nehmen euch einfach mit. Quasi wie ein Vlog. Damit ihr seht, was mit dem gespendeten Geld von euch eigentlich passieren wird. Das heißt, ihr kommt mit in die Läden, wo wir die Gutscheine besorgen. Erfahrt ein bisschen etwas über uns während dem Einkaufen. Ihr könnt mit uns interagieren, wenn das Video dann rausdroppt. Aber ey, ich kann euch nur danken. Weil das ist das, was wir brauchen. Diesen Zusammenhalt. Danke. Wie wir zusammengekommen sind. Jeder von euch, jeder Betrag hat gezählt. Selbst ein Teilen, ein Liken. Ja. Merci beaucoup von Karel Aurel von Red Lectio. Vielen, vielen Dank. Folgt uns. Bam! Genau. Ja, wow. Ja. Ja, so. Das war ganz właśnie so. Es war ganz schlimm. Ja, das war ganz schlimm. Und das ist, das bin ich so passiert. Ja, das ist, das ist eine Situation. Ja, richtig? Ja. 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 Okay. Okay. Grundsätzlicher Zwischenstand, den wir haben. Wir haben es jetzt auf den Weg gemacht. Wir holen jetzt das Geld, was sie uns eingezahlt haben. habt und versuchen die Überraschung so gut wie möglich es ist umzusetzen. Das heißt der erste Stopp wird Edeka sein. Auf geht's! Yes, also Zwischenstand ist geholt. Wir waren bei der Bank. Geld ist geholt. Geld ist genau hier. Du kannst es jedem noch mal zeigen. Es ist ein Kinnagier. Nur hat sich. Möchtend ist es? Ja! Wir waren gerade bei Edeka, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt schon die Hälfte des Geldes ausgegeben, insgesamt 105 Euro, damit ihr auch ganz genau wisst, wo das Geld hingeht. Transparenz ist uns wichtig und nächste Station ist es da hinten, Rewe, wobei die anderen nicht. Stay tuned. Oh, my God, look, 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 Wir sind back! Back wie am Anfang. Aber wir glauben! Es war ein langer Tag. Extrem lang. Aber es hat sich gelohnt. Hardcore. Guckt euch an, was ihr zusammen erreicht habt. Wir haben es zusammen gemacht. Wir haben es alle zusammen gemacht. Die Community war da. Wir waren da für die Leute, die uns nahestehen. Und wir werden weiterhin sein. Nicht nur in dieser Krise, sondern auch weiterhin. Diese Dankbarkeit sollte nicht kommen, erst durch eine Pandemie. Definitiv. Immer. Immer. Peace and love. Das sollte normal sein. Peace and love. Das ist das Mantra, das wir mitnehmen. Nicht nur für 2020, 2021. Für immer. Peace and love for everybody. Especially for us. Thank you.